Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Spiel mit mir Kanal. Heute mit einem Playmobil City Action Set. Wir haben wieder ein Unboxing für euch, heute sogar ein Jubiläumsset, der Feuerwehreinsatz aus der City Action Reihe. Der Einsatz wird aber nicht mit einem gewöhnlichen Feuerwehrwagen bewältigt, sondern mit einem Quad. Weiterhin in diesem Spielset enthalten sind vier Figuren, eine Wasserpumpe, das Quad mit einem Rückziehmotor, Frontwinde und abnehmbarer Gepäckbox. Insgesamt besteht dieses Set aus 82 Teilen und geeignet ist das Spielset ab vier Jahren. Und wenn ihr weitere Spielsets sehen möchtet, dann schaut doch einfach in die Videobeschreibung oder abonniert unseren Kanal. Und ohne weiter Zeit zu verlieren, wollen wir dann mal schauen, was wir alles in der City Action finden. Dann schauen wir mal rein. Da haben wir schon direkt unser Quad und einen Feuerwehrmann. Hier die anderen Teilnehmer des Feuerwehreinsatzes. Hier etwas Grünzeug. Hier das Haus, ein paar Blümchen und die Schläuche. Hier die Plattform. Hier noch weiteres Grünzeug. Und natürlich unsere funktionsfähige Wasserpumpe, die wir später noch brauchen. Im nächsten Teil dann unser Feuerwehreinsatz. Seid doch wieder dabei. Ich würde mich freuen. Dann haben wir alle wieder da. Bis zum nächsten Mal. Inh ... ... ... Bis zum nächsten Mal.